Hallo und herzlich willkommen! Heute möchte ich mit euch wieder einmal über einen Follower, einen Anhänger sprechen. Harrison Jones seht ihr hier, das ist der Minion meines Twinkmonks und den habe ich jetzt vor ein paar Tagen, zwei Tagen oder so bekommen. Und ich muss sagen, er ist unglaublich cool. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ihr ein paar Special Abilities habt, aber wenn man sie sich so durchliest, dann weiß man nicht genau, was die eigentlich machen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen und nochmal ganz kurz erklären, wie ihr ihn überhaupt bekommt. Wenn wir uns da jetzt mal seine Fähigkeit anschauen, hat er ja zum einen eine ganz normale Fähigkeit, wie ihr zum Beispiel hier tödliche Diener. Zum anderen kann er halt irgendeine epische Fähigkeit haben, wobei ihr natürlich auch sehr viel Glück haben könnt und den direkt auf episch rollen könnt. Normalerweise ist er Level 100 und blau, so wie jetzt hier. Und ja, die Eigenschaften, die Traits, die er hat, sind speziell. Zum einen ist es Schatzjäger, das ist ja noch relativ klar, kennt ihr alle wahrscheinlich. Er hört eben das erhaltene Gold bei einer Mission, was auch nicht uninteressant ist, um 100%. Denke ich schon allein dafür ist es ganz interessant, den guten Harrison Jones als Follower zu haben. Das andere ist aber Mentor. Das ist das, was ihn wirklich, wirklich, richtig interessant macht. Und beim Mentor, ja so steht hier schlicht, Anhänger, die mit diesem Anhänger an- oder ausrücken, erhalten dessen Kampfeffektivität. Da denkt man sich, hm, was heißt es, dass ja quasi dessen Kampfeffektivität kommen wird? Keine Ahnung. Also war mir nicht so klar. Ich dachte dann erst vielleicht, dass er die Eigenschaften von dem kriegt und dass er einfach mehr Gold zum Beispiel für die anderen. Aber nein, nein, all das ist es nicht. Ich zeige euch ganz kurz, was es ist. Ihr seht hier, Harrison Jones ist Stufe 100, Item Level 645. Jetzt nehmen wir uns mal einfach irgendeine, äh, Quest hier, beziehungsweise eine Mission. Zum Beispiel die, die braucht Item Level 615. Harrison Jones hat hier Item Level 645. Ähm, jetzt könnte ich aber sagen, hm, ich möchte gerne, dass, äh, der Crowman hier, der hat zum einen, ähm, ähm, countet er das und countet das. Wenn ich den jetzt dazu packe, dann, ähm, wäre das schon ganz gut. Aber der hat nur Item Level 615. Ist jetzt aber bei Harrison Jones kein Problem, denn, ihr seht schon, wenn man, ähm, mit Harrison Jones in einer Quest unterwegs ist, dann kriegt der auch das Item Level von Harrison Jones, was natürlich super cool ist. Weil, ähm, ja, zum Beispiel für die Hochfels-Mission oder für die Schwarzfels, äh, die ganzen da, Mission, äh, ist das natürlich sehr gut zu gebrauchen. Wie zum Beispiel hier, wenn ihr seht, wenn man Harrison Jones bei dieser Quest hier, beziehungsweise bei dieser Mission auf 660 bringt, ähm, kriegen die anderen halt auch dann 660, obwohl die jetzt hier nur 600 haben. Deswegen braucht man die da nicht weiterleveln. Ähm, daher kann Harrison Jones, ähm, nicht nur, äh, dafür, sondern auch für einige andere Missionen sehr interessant sein. Eine weitere sehr interessante Fähigkeit ist, wenn ihr andere, ähm, Anhänger nachleveln wollt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei mir gucken, hier unter Anhänger, seht ihr, dass ich nur einen Anhänger mit Schwächungsmagie habe. Beziehungsweise zwar noch inaktive, aber die sind Level 90 im grün. Jetzt werde ich einfach mal zum Gasthaus gehen, mir einen blauen holen, der eben diese Schwächungsmagie hat, und ihn dann mal mit Harrison Jones auf eine Mission schicken. Gucken wir uns das mal kurz an. Bei der guten Frau kann man sich ja, ähm, im Gasthaus, ähm, ja, Leute aussuchen. Und ich habe gerade gesagt, äh, Schwächungsmagie ist das, was wir brauchen. Also ich brauche diese Fähigkeit hier, Schwächungsmagie, kann mir einen Rekrut aussuchen. Leider kriege ich auch nur einen Grün, von daher ist das eigentlich, äh, egal gewesen. Und was wir dann machen, den brauche ich eigentlich jetzt nicht, aber naja. Da ich es nicht mehr wechseln kann, nehme ich einfach mal den, Marschläufer, Ogertöter, boah, ich habe auch wirklich hier nur Pech, äh, bekommen, als ich, äh, den hier ausgewählt habe. Na egal, nehmen wir mal diesen cool, äh, aussehenden Draenei und rekrutieren ihn. So, wenn ich das gemacht habe und wieder zurückgehe hier zu meinem Tisch und, äh, zum Beispiel diese 99er Mission aufrufe, könnte ich ja meinen neuen Anhänger da nicht vernünftig mit reinnehmen. Weil ihr seht, der würde da jetzt nur 100 XP statt, äh, den normal erhaltenen 1000 XP bekommen. Ähm, bedeutet also, ähm, ja, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn ich da jetzt einen 100er zupacke, äh, zum Beispiel hier den, ähm, ja, 630er, ja, ändert sich daran nichts. Wenn ich da jetzt aber Harrison Jones reinpacke, bada bing, hat er Level 100. Ja, das bedeutet also, er übernimmt nicht nur, ähm, die Ausrüstung bei Max-Level-Charakteren, sondern auch, äh, in dem Fall jetzt hier die, ähm, ja, wirklich, ähm, wie ihr hier seht, das Level von Harrison Jones. Ja, also würde er für ein erfolgreiches Abschließen hier 2000 XP bekommen. Lohnt sich natürlich jetzt hier nicht, weil wir haben nur 53% Erfolgschancen. Aber gehen wir doch mal noch einen Schritt weiter. Wir hatten ja hier noch diese 615er Mission. Packen wir da doch jetzt mal Harrison Jones rein und unseren grünen Anhänger. Also die Prozentzahl ist natürlich egal, ist nicht gut. Aber ihr seht, der ist A Level 100 und B hat auch noch das Ausrüstungslevel 645. Wenn ich also jetzt hier zufällig eine Quest hätte, die Item Level 630 erfordern würde und, äh, 8000 XP erfordern würde, beziehungsweise einbringen würde und da eben unter anderem diesen grünen Level 90er Char reinpacken würde, Harrison Jones plus irgendjemand anders, der das Ganze noch, äh, weit nach oben bringt von der Chance, dann könnte ich so unglaublich viel XP für diesen Anhänger machen und den Instant, ich sag mal, auf Stufe 98 bringen und so, ähm, ja, Low-Level-Anhänger sehr viel schneller leveln. Wenn euch also irgendwas fehlt zum Beispiel, ihr bei euren Anhängern seht, hm, ich hab hier gar keinen zum Beispiel mit Schatzjägerei und so weiter und so fort, kein Problem mit Harrison Jones, könnt ihr das an der Stelle, ähm, einfach lösen, ihr geht zum Gasthaus, was ihr auf Stufe 3, 3, 2 braucht natürlich, um, äh, überhaupt einen Anhänger einmal die Woche, äh, zu rekrutieren, sucht euch da den Anhänger aus oder geht halt einfach irgendwo in die Welt und sucht euch da einen Anhänger, den ihr vielleicht noch nicht habt, könnt den mit Harrison Jones sehr, sehr einfach hochleveln. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie bekommt man Harrison Jones überhaupt? Auch das ist leicht zu beantworten. Es gibt einen neuen Erfolg, der heißt Meister-Reliktjäger und, äh, bei diesem Meister-Reliktjäger müsst ihr 6 Reliktjäger-Quests abschließen, die euch täglich in eurer Garnision begrüßen können. Obacht, das Wort heißt hier können, ja, und, äh, hier seht ihr sie, 6 Stück und wenn ihr die abgeschlossen habt, bekommt ihr automatisch mit einem Extra-Achievement den guten Harrison Jones. Früher war es so, dass man noch einen anderen Erfolg dazu benötigte, jetzt ist es aber so, dass ihr ausschließlich diese 6 Daily-Quests, ihr müsst also mindestens 6 Tage warten, denn jeden Tag gibt es eine andere und die wiederholen sich, also ich sag mal, den ersten Tag kommt die, den zweiten Tag die, ist also egal, wann ihr anfangt, 6 Tage später seid ihr fertig. Und, äh, da müsst ihr nur einfach eine dieser Quests annehmen. Dafür steht Harrison Jones dann in eurer Garnision, ähm, ja, täglich stehen da ja aber andere Leute in eurer Garnision, wenn ich zum Beispiel jetzt hier bei mir nachgucke, äh, dadurch, dass ich Harrison Jones schon habe, steht hier zum Beispiel dieser Typ, ja. Da kann aber auch der, äh, gute Zwerg aus dem Rad der 3 Hämmer in Ironfort stehen und diverse andere Händler, etc. Wenn ihr also nicht selbst Harrison Jones habt, gibt es da eine Möglichkeit, Harrison Jones zu haben, denn ihr könnt auf diesen, ähm, ja, Gruppenbrowser gehen, da auf Organisierte Gruppen und, ähm, da dann auf Benutzer definiert, wenn wir da jetzt einfach mal hier Gruppe finden gucken, gibt es da sehr häufig jemanden, der einfach sagt, er hat Harrison Jones. Da, hier seht ihr, in der Garnision, er hat Harrison Jones, meistens der Auto-Invite an, also wenn ich da mich anmelde, dann, äh, kommt vermutlich direkt ein Invite, seht ihr hier, ja, ich kann mich dann quasi in die, äh, Garnision meines, ähm, Gruppenmann-Führers, äh, porten und dann müsste da Harrison Jones sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn ich mich da reinporte. Wenn ihr euch ohne den Anhänger Harrison Jones da reinportet, dann habt ihr halt in jedem Fall, äh, den Effekt, dass dort Harrison Jones auf euch wartet und ihr die Quest annehmen könnt. Ihr müsst einfach nur diese sechs Quests abschließen, jeden Tag gibt es eine neue Quest und, ähm, erwarten wir durch die Quest eben oben im Hauptgebäude, also, natürlich bei der Horde sieht das ein bisschen anders aus. Hier seht ihr, äh, da ist die Daily Quest, ja, das geht sogar noch einfach mal für mich, die ein zweites Mal zu machen. Da muss ich jetzt also, ähm, das machen, ja, und, äh, oder vielleicht war es ein anderer Quest? Ne, Schatzsuchervertrag. Ja, also auch wenn ihr den schon habt, könnt ihr die Quest halt hier so rüber annehmen. Ähm, danach geht ihr einfach aus der Gruppe raus, der Typ, der die Gruppe macht, ich hab keine Ahnung, warum die Leute das machen, aber es gibt immer irgendjemanden, der diese, äh, Quest macht. Ähm, ja, macht das für euch? Ich weiß nicht genau, ob, äh, ich es irgendwann mal so einrichten werde, dass ich vielleicht, ähm, die ganze Questline nochmal mache, aber eigentlich ist das nicht so schwer, äh, das hinzukriegen. Falls ihr also, ähm, ja, bis jetzt den Harrison Jones noch nicht habt, solltet ihr ihn euch so einfach holen. Sechs Tage braucht ihr, sechsmal diese Daily Quest machen, wenn ihr das an sechs aufeinanderfolgenden Tagen macht, habt ihr ihn auf jeden Fall. Ansonsten, ja, müsst ihr halt ein bisschen länger warten. Ich hatte jetzt zum Beispiel, äh, während ich in Boston war, konnte ich die, äh, Quest nicht machen, deswegen hat es ein bisschen länger bei mir gedauert. Und, ähm, ja. Also, Harrison Jones ist eigentlich für jede Garnision ein, äh, unermesslicher, ähm, Fortschritt sozusagen, weil ihr einfach über ihn kleinere, ähm, Chars nachholen könnt und einfach die schön schnell auf Stufe 100, beziehungsweise, äh, selbst wenn sie nicht das, äh, maximale Item-Level haben, einfach mit durchziehen können. Und das ist das Tolle an Harrison Jones. Daher unerlässlich fast für jeden, äh, Garnisionskommandanten. Und, ähm, natürlich, wenn Leute jetzt schon ewig weit sind mit ihrer Garnision, da einfach nichts mehr brauchen, für den nicht, aber mit Twinks kann ich es nur empfehlen. Dauert halt sechs Tage. Ihr müsst eine Garnision Stufe 3, glaube ich, haben, ähm, um ihn selber sehen zu können. Ähm, aber natürlich könnt ihr in andere Garnisionen reingehen und, äh, ihn dort sehen. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Habe ich zumindest so auf, äh, Facebook beziehungsweise Twitter gelesen, dass das mal einer geantwortet hat. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen, äh, die Augen geöffnet, wofür dieser wunderbare Harrison Jones überhaupt gut sein kann. Denn, wie gesagt, mir hat dieser Text, der da stand, ähm, bei seinem, ähm, ja, bei seiner Anhängerbeschreibung, wo ja einfach nur steht, dass, äh, Anhänger, die mit diesem Anhänger ausrücken, erhalten dessen Kampfeffektivität. Ja, wer soll denken, dass die deswegen dann sein Item-Level beziehungsweise sein, ähm, ja, normales Level erhalten? Keine Ahnung gehabt. Und, äh, das ist wirklich eine, äh, klasse Sache. Ich mag Harrison Jones, sollte jeder haben, der zumindest noch ein bisschen was mit seiner Garnision vorhat. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Venian.